Ich muss ja vorbeikommen hier irgendwie, sonst habe ich überhaupt keine Chance. Hallo! Schön, dass etwas hier los ist auf dem Kulturaplatz. Schön, schön, schön. Sie stellen sich jetzt hier mal so auf dem Kulturaplatz. Stellen Sie sich jetzt vor, es wäre ein großes, großes, großes Varite. Ja, und stellen Sie sich vor, Sie haben ein halbes Jahr vorbestellt, nur um mich zu sehen, ja. Sitz! Und machen Sie ganz laut, dass die reichen Leute in den reichen Hotels da hinten denken, scheiße, ich habe Geld, aber die haben Spaß. Ja? Schön. Moment, Moment. Schön, super. So spontan, das finde ich gut. So, ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich habe hier, wir haben hier ein paar Bälle bei. So, meine Damen und Herren, ich werde im Laufe dieser Straßenshow für Sie sieben Bälle jonglieren. Okay, das Problem ist, wir wurden ein paar geklaut, fünf, deswegen werden Sie noch drei sein. Okay, Problem. Ähm, stellen Sie sich die anderen einfach vor. So, ja, ich muss Sie kurz ein bisschen Briefen sagen. Ich habe einen Original-Trick, der sieht so aus, Original. Und die Fälschung davon ist sehr schwer zu erkennen. Muss man gut hinkommen. Muss man gut hinkommen. Schön. Ja, dann hätten wir noch ein weiteres Original. Und zwar unter den Beinen. Boah, ey, Wahnsinn. Krass. Was der alles kann. So. Und die Fälschung davon, sehr schwer zu erkennen. Muss man gut hinkommen, um das mitzubekommen. Es geht weiter mit was Artistischem. Was Artistisches, und zwar? Autist bist du. Was? Ein Autist bist du. Nee, nee, artistisch. Für Sie? Flickflack. Hab's gelernt bei der Volkshochschule? Hör. Volkshochschulkurs, Wochenende, kein Problem. Flickflack, Salto und so weiter. Erster, ersten Tag lernen aufwärmen, zweiten Tag flickflack. Ja. Ich würde mich kurz vorher nochmal aufwärmen, wenn das okay ist. Wenn Sie damit hier keine Probleme haben, sonst kriege ich Probleme. Ja. Vorher noch, eine kurze Bitte. Könnten Sie einen kurzen Arm heben, so mal hochheben? Nicht ganz so, das war früher mal. Dass Sie vielleicht eine Faust machen, so. So eine Faust machen, noch ein bisschen mehr ausstrecken. Ich komme mal zu Ihnen runter. Vielen Dank. Schön. So. Schön. Ja. Darf ich kurz nachher einen Namen fragen, damit wir das weiter wissen, damit ich Sie noch ansprechen kann? Edda. Super. Schön, Edda. Merk dir den Namen gut, den brauchst du noch. Meine Damen und Herren, für Sie jetzt flickflack. Drei. Jupp. Ja, meine Damen und Herren, es geht gleich weiter. Kurze Werbeunterbrechung. Diese Show wird Ihnen präsentiert von Hornbar. Kein Problem, es geht gleich weiter. Oh, ich muss ich nicht bleiben. Ich muss ich nicht bleiben. Ich muss nicht bleiben. Äh, Edda. Kannst du mir mal ganz schnell das Jacketio vorbeibringen? Ganz unauffällig, ohne dass es jemanden lirrt. Der schönen Applaus noch mal für Edda. Bravo. Kein Problem. Bravo. Ja, herrlich. Ich, da haut es noch mal rein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja großartig. Das ist ja noch mal rein. Vielen Dank.